Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber wir öffnen heute Türchen Nummer 14. Sind wir schon über der Hälfte, ich fass es nicht. Noch 10 Tage bis Weihnachten. Willst du mal aufmachen? Ja. Was haben wir denn da? Was ist das Dessertpaket von Biodo heute? Wir haben hier drei verschiedene Mousse-Sorten. Wir haben einmal Vanillemousse in drei Minuten fertig mit Bourbon-Vanille. Boah, das sieht aber lecker aus. Ich liebe Beeren. Oh, jetzt haben wir Beeren. Nee, weil ich habe hier gerade die Beeren gesehen. Jetzt sehe ich hier Beerenmousse mit Bourbon-Vanille, natürlich. Auch in drei Minuten fertig. Sehr lecker. Und? Das Beste überhaupt. Mousse au Chocolat. Ja. Auch in drei Minuten fertig. Und mit Bourbon-Vanille. Wie kann es auch anders sein? Es ist richtig cool und schnell gemacht. Denn das Einzige, was man machen muss, ist, den Beutelinhalt mit Milch und Sahne verrühren. Das wird dann so richtig fluffig, ne? Genau. Also wenn das... Und dann einfach kurz erhitzen und aufschlagen. Und schon ist es zum Verzehr bereit. Boah, wenn das so aussieht wie auf den Fotos, boah, dann... Sieht es. Ich habe es auch schon mal selbst gemacht. Echt? Welches davon? Mousse au Chocolat? Und es ist richtig lecker. Lecker. Und dann obendrauf gibt es noch Crema. Schwarze Johannisbeere. Und das ist einfach das Topping für obendrauf. Okay, das passt wahrscheinlich jetzt nicht zum Mousse au Chocolat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es zum Beeren und Vanillemousse ist. Genau, dafür ist es perfekt. Boah, lecker. Nachtisch für Weihnachten. Und das sind genau drei Päckchen. Wir haben was für Heiligabend, für den ersten und für den zweiten Weihnachtstag. Genau. Und wie alle Produkte von Biodo sind natürlich auch diese hier 100% bio und nachhaltig produziert. Das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn dir das gefällt. Ihr wisst, was zu tun ist? Unten kommentieren, Abonnent von diesem Kanal sein. Und morgen seht ihr, wenn das nächste Video eröffnet ist, unter diesem Video, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und schreibt auch dazu, wie ich euch erreichen kann. Sonst, ihr könnt nicht gewinnen, wenn ich euch nicht schreiben kann. Das ist richtig. Deswegen viel Glück. Viel Glück.